So, wir befinden uns gerade in der Predigtreihe GOAT, the greatest of all time. In der Themenreihe geht es genau um den, um the greatest of all time, um Jesus. Jesus, wir glauben, dass er der greatest of all time ist, wir glauben, dass er der beste aller Zeiten ist, der größte aller Zeiten. Und genau, wir haben schon, ich glaube, drei Geschichten, drei Gründe gehört, warum er der greatest of all time ist. Und heute wollen wir auch eine davon hören. Und der Grund erstmal ist, weil Jesus Wunder tut. Jesus ist der greatest of all time, weil er kann Wunder tun. Und wir wollen uns das anschauen anhand von einer Geschichte aus der Bibel, die steht im Johannes Kapitel 6. Und das ist die Geschichte der Speisung der 5000. Ich glaube, die meisten von euch kennen die Geschichte. Ich will sie trotzdem mal kurz zusammenfassen. Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Genau, generell geht es einfach darum, darfst du nochmal auf die erste Folie zurück. Und generell geht es darum, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Sie sind da als Gruppe unterwegs und sie ziehen von Stadt zu Stadt. Und sie stehen in der Stadt, oder sie kommen von Stadt zu Stadt und in jeder Stadt tut Jesus Wunder. In jeder Stadt gibt es Kranke und Gelähmte und Blinde, Stumme, Taube. Also generell einfach Leute, die irgendwie körperliche Beschwerden haben vor allem. Und sie kommen zu Jesus und wollen Wunder sehen und wollen, dass sie geheilt werden von ihren Beschwerden. Und irgendwann zieht Jesus mit seinen Jüngern weiter und viele Leute folgen ihm nach. Und es muss eine Riesengruppe sein, die ihm hinterher folgt. In der Bibel steht, dass es ungefähr 5000 Männer waren. Damals wurden nur die Männer gezählt. Ich glaube, dass einige Frauen und Kinder auch noch dabei waren. Wir bleiben aber trotzdem mal bei der Geschichte, bei der Zahl von 5000. Genau, und die ziehen da entlang durch die Landschaft. Und ich glaube, die sind ziemlich lang zu Fuß unterwegs gewesen. Ich glaube, viele Ranger von euch, die schon mal auf dem Hike waren, kennen, dass es anstrengend ist. Vor allem, glaube ich, hatten die nicht so coole Wanderschuhe und so. Naja, auf jeden Fall sind sie dann langgelaufen. Und irgendwann hält Jesus an, dreht sich um, redet zu seinen Jüngern. Und sagt, wir machen jetzt Pause. Und er sieht diese Riesenmenschenmenge, diese 5000 Leute oder mehr, die da hinter ihm sind. Und er sagt ja, wir alle haben Hunger, die ganzen Leute wahrscheinlich auch. Wo kriegen wir jetzt Essen her, damit jeder was zu essen hat? Und dann sagt einer, ja, hier haben wir einen Jungen, der hat so einen Korb. Da sind fünf Brote drin. Damals waren das, glaube ich, noch nicht so Riesenbrote, das sind eher so kleinere. Und zwei Fische. Und, ja, keine Ahnung, jeder, der so ein bisschen überlegen kann, weiß, dass diese fünf Brote und zwei Fische vielleicht für 10 Leute oder so reichen. Aber nicht für 5000 oder mehr. Auf jeden Fall nimmt Jesus diesen Korb und sagt, ja, das reicht. Segnet diesen Korb und sagt dann zu seinen Jüngern, ja, hier, jeder nimmt sich was. Und dann verteilt er das unter den Leuten. Und die Leute gehen rum und verteilen diese Brote und die Fische an die Leute. Und jeder nimmt sich so viel, wie er will. Also jeder von den Leuten darf sich so viel nehmen, wie er will. Und am Ende sagt Jesus, ja, sammelt die Reste ein und es bleibt richtig viel übrig. Also die sagen, in der Bibel steht, zwölf volle Körbe bleiben übrig von den Resten. Und irgendwann kapieren die Leute dann, wenn sie satt waren, ja, jeder wurde satt, verstehen die Leute, diese Riesenmenschmenge versteht, was es für ein Wunder war, das Jesus gerade getan hat. Dass er so viele Leute mit einer kleinen Portion zu essen einfach satt gemacht hat. Und Jesus sagt dann, ja, ich ziehe mich jetzt zurück. Ich will ein bisschen Zeit für mich haben, vielleicht Gebet mit Gott. Und genau, er zieht sich zurück. Und seine Jünger ziehen ein bisschen weiter und die ganze Menschenmenge geht wieder. Auf jeden Fall ist dann der nächste Tag und diese ganzen Menschen wollen Jesus wieder finden. Sie suchen ihn. Genau. Und sie sind auf dem Weg und gehen wieder zu diesem Platz, wo Jesus am Tag davor noch war und wo Jesus dieses Wunder getan hat. Und genau, sie sind da und sie finden ihn aber nicht. Dann suchen sie in der ganzen Gegend außenrum und sie können ihn auch nicht finden. Und dann sagen sie, okay, wir sind ja hier an einem See, gestern war hier noch ein Boot, das ist jetzt aber weg. Das heißt, er muss wahrscheinlich hier über den See irgendwo weitergefahren sein. Und ich glaube, diese Leute, die ihn da suchen, die Leute, die Jesus da suchen, lassen sich gut in zwei Gruppen aufteilen. Ich glaube, eine Gruppe von den Leuten sind Personen, die am Tag davor bei diesem Wunder dabei waren. Die gesehen haben, wie Jesus Wunder tun kann oder die vielleicht sogar schon mal so eine Heilung miterlebt haben. Die schon mal so ein Wunder wirklich mit eigenen Augen oder vielleicht sogar am eigenen Körper erfahren haben. Und die andere Gruppe, glaube ich, sind Leute, denen davon erzählt wurde, dass Jesus diese Wunder tun kann. Die haben schon mal gehört, okay, Jesus kann wohl Wunder tun. Leute haben gesehen, wie Jesus diese Wunder tun kann. Die haben es aber noch nicht selber erlebt. Sie haben es nicht mit eigenen Augen gesehen oder noch nicht selber gespürt. Aber ich glaube, was alle verbindet, ist, dass sie sehen wollen, wie Jesus noch mal so ein Wunder tut. Sie wollen alle sehen, wie Jesus Heilung bringt, wie Jesus lahme gehen lässt, wie Jesus blinde Leute, die von Geburt an nicht sehen konnten, sehen lässt, ihnen Augenlicht schenkt. Das wollen die Leute sehen. Sie wollen vielleicht auch wieder sehen, wie Jesus noch mal dieses Brot vermehrt und einfach da auch satt macht. Und sie suchen ihn. Geht es dir auch so? Willst du auch so Wunder sehen? Willst du auch sehen, wie Jesus in deinem Leben Dinge tut? Also mir geht es so. Ich will sehen, wie Jesus Wunder tut. Ich will vielleicht nicht unbedingt sehen, wie Brot vermehrt wird, aber ich will sehen, wie Jesus bei mir oder meiner Familie Krankheiten heilt, wie Jesus Verletzungen einfach wieder gesund macht. Ich will sehen, wie Jesus generell Gesundheit schenkt bei Familie, Freunden, Bekannten, bei mir selbst. Ich will sehen, wie Jesus zerbrochene Familien wieder zusammenführt. Ich will sehen, wie Jesus Beziehungen, die kaputt oder am Kaputtgehen sind, wieder zusammenführt. Ich will sehen, wie Jesus Erfolg schenkt in der Schule oder bei der Arbeit. Geht es dir auch so? Willst du auch solche Wunder sehen? Ich glaube, wir alle wollen irgendwo solche Wunder sehen. Wir alle wollen sehen, wie Jesus diese Wunder tut. Irgendwann findet diese Menschenmenge Jesus auf der anderen Seite vom See. Und diesen Vers will ich euch vorlesen. Die Menschen finden Jesus und sie sagen, Jesus, wann bist du hierher gekommen? Weil sie haben es ja gar nicht mitbekommen. Und Jesus antwortet, Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch diese Wunder sagen will, das wollt ihr nicht verstehen. Jesus sagt da, ihr sucht mich nicht, weil ihr erkannt habt, dass ich Gott bin. Ihr sucht mich nicht, weil ihr durch diese Wunder erkannt habt, dass ich Gott bin. Sondern nur, weil ihr noch mehr Wunder sehen wollt. Ihr sucht mich doch nur, weil ihr noch mehr Brote essen wollt. Oder weil ihr noch mehr Heilung sehen wollt. Euch geht es doch gar nicht um mich. Euch geht es doch nur um euch selbst. Ihr nutzt es doch eigentlich nur aus, dass ich diese Wunder tun kann. Und Jesus redet weiter und sagt, Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben. Denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigen bestätigt. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern. Was meint er damit? Er meint damit, statt euch nur darum zu kümmern, dass euer Leben irgendwie gut ist oder dass ihr viele Wunder seht, dass ihr immer, ja, immer perfekt irgendwie, dass immer euch perfekt geht. Kümmern euch doch nicht um dieses Leben, sondern kümmert euch doch um dieses ewige Leben. Kümmert euch doch darum, dass ihr dieses ewige Leben bekommt. Legt doch vielmehr einen Fokus darauf, in das ewige Leben mit Gott, in diese ewige Gemeinschaft mit Gott zu kommen, anstatt erstmal nur Wunder sehen zu wollen oder nur hier ein gutes Leben zu haben. Weil hier ein gutes Leben bringt euch noch nicht automatisch in die Ewigkeit. Und ich glaube, die Ewigkeit ist erstmal endlos, sagt der Name ja schon. Und es ist so viel besser als dieses Leben hier. Natürlich wollen wir hier ein nices Leben haben. Natürlich wollen wir hier ein Leben haben, das irgendwie erfüllt ist. Und ich glaube, das dürfen wir auch. Aber Jesus sagt trotzdem, versucht doch erstmal, dieses ewige Leben zu bekommen. Weil das ewige Leben ist so viel wichtiger als dieses vergängliche Leben. Und die Leute da, die ihn suchen, die Leute, die ihm zuhören, die wissen, dieses ewige Leben bekommen sie nur von Gott. Nur Gott kann entscheiden, dass sie das ewige Leben bekommen. Und deswegen fragen sie ja, was müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Was müssen wir denn tun, um dieses ewige Leben zu erhalten? Und hier ist es antwortet, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Es geht nicht um mehr. Es geht nur darum, in erster Linie, dass ihr an ihn glaubt, den er gesandt hat. Und ich glaube, damit redet er von sich selber. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er von sich selber redet. Er sagt, die Leute sollen erstmal an ihn glauben, an Jesus glauben, weil das gibt ihnen ein ewiges Leben. Was bedeutet dann an ihn glauben? Ich glaube, meiner Meinung nach ist erstmal diese Erkenntnis, dass der Mensch an sich nicht gut ist. Der Mensch an sich kann von sich aus nicht zu Gott kommen. Kann von sich aus dieses ewige Leben nicht bekommen. Aber dann daran zu glauben, dass Jesus ein perfektes Leben gelebt hat. Nicht nur ein gutes, sondern ein perfektes. Er hat keinen Fehler gemacht. Und trotzdem ist er am Ende am Kreuz qualvoll gestorben und vom Tod auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Macht über Leben und Tod und er kann dir ewiges Leben schenken. Er kann dir dieses ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott schenken. Wenn du ihn wirklich suchst. Und ich glaube, genau das will er damit sagen. Komm nicht zu Jesus, damit du viele Wunder siehst, sondern weil nur er dir das ewige Leben geben kann. Nur Jesus kann es dir geben. Und vorhin, das war natürlich sehr extrem gesagt, dass die Leute letztendlich nur einen Fokus auf sich selber hatten. Es war sehr extrem, dass die Leute nur einen eigenen Fokus auf sich selber hatten und Jesus nur ausgenutzt haben. Aber ich glaube, letztendlich sollte unser Fokus nicht darauf liegen, dass wir mehr Wunder sehen oder mehr Erlösung bekommen. Nicht Erlösung, aber dass wir mehr Wunder sehen oder mehr ein gutes Leben haben, dadurch, dass uns vielleicht sogar Jesus diese Wunder schenkt, sondern dass wir Jesus erkennen und dass wir zu Jesus kommen und durch Jesus ins ewige Leben kommen. Ich komme zuerst in der Gemeinschaft zu ihm. Und mir geht es oft so, dass ich einen Hunger danach habe, mehr Wunder zu sehen, mehr übernatürliche Dinge zu erfahren, mehr zu sehen, wie irgendwie Leute geheilt werden, wie Kranke gesund werden auf wundersame Weise, wie teilweise Ärzte sich nicht erklären können, wie da Heilung stattgefunden hat. Ich will auch sehen, wie Jesus kaputte Familien wieder heilt, wie Jesus auch Erfolg in Bereichen schenkt. Und ich glaube, das ist auch, was Jesus will. Aber mir geht es auch oft so, dass wenn ich nur darauf meinen Fokus habe und dann passiert das Wunder, ganz egal, ob es so passiert, wie ich es will oder nicht, aber es passiert, dann habe ich keinen Grund mehr, zu Gott zu kommen. Weil der Grund ist dann weg. Wenn ich aber zu Jesus komme und sage, Jesus, ich will ins ewige Leben und ich will täglich danach suchen, ich will mich täglich bemühen, dir mehr nachzulaufen und mehr mein Leben auf dich auszurichten, dann glaube ich, wird dieser Grund nie vergehen. Jesus will diese Gemeinschaft mit dir. Und ich glaube, Jesus wünscht sich auch, dass du ihm sagst, welche Wunder du sehen willst. Jesus wünscht sich, dass du ihm sagst, welche Bedürfnisse du hast. Jesus wünscht sich, dass du ihm sagst, was wirklich tief in dir vorgeht, welche Wünsche du hast und was du brauchst. Und ich glaube, Jesus will dir das auch geben. Jesus will dir eine Freude machen in dem Leben hier. Jesus will dieses Leben hier bereichern. Aber Jesus wünscht sich, dass das nicht der Grund ist, warum du zu ihm kommst, sondern das ewige Leben und die Gemeinschaft mit ihm. Weil ich glaube, im ewigen Leben werden wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und wenn wir uns hier nicht um diese Gemeinschaft mit ihm bemühen, dann glaube ich, haben wir auch keinen Grund, diese Gemeinschaft in Ewigkeit mit ihm zu haben. Komm nicht zu Jesus, damit du Wunder siehst, sondern weil nur er dir das ewige Leben schenken kann. Ich glaube, das ist so wichtig. Und Jesus sagt auch in der Bibel an einer anderen Stelle, wer zuerst nach dem ewigen Leben oder nach dem Reich Gottes sucht, dem werde ich alles geben, was er braucht. Dir wird nichts fehlen. Dir wird nichts fehlen, wenn du zuerst danach suchst, dieses ewige Leben zu haben. Zuerst danach suchst, diese Gemeinschaft mit Gott zu haben. Sondern Jesus will es dir schenken. Und wenn du das Gefühl heute hast, dass du in letzter Zeit vielleicht mehr nach den Wundern gesucht hast als nach Jesus, dann will ich dich ermutigen, im Gebet nachher, im Lobpreis nachher, in der Zeit einfach zu Gott zu kommen, ihn zu suchen, ihn zu bitten, dass er dir wieder diesen Wunsch nach dem ewigen Leben schenkt und nicht nach Wundern, nicht nach vergänglichen Dingen, sondern nach der ewigen Nahrung, nach dem ewigen Leben. Du kannst auch gern da hinten in der Ecke zu uns kommen. Wir stehen da, ich glaube, zu dritt oder zu viert als Gebetsteam. Wir können auch gern für dich beten. Wir können auch für andere Dinge beten, wenn du willst. Komm zu uns, wenn dich etwas bedrückt oder wenn du Gebet willst, wenn du dir Gebet wünschst. Aber komm auch zu Jesus, komm vor allem zu Jesus. Ich will dich ermutigen, nimm diese Zeit, nimm diese Zeit im Lobpreis und ganz egal, ob du mitsingst und dadurch Jesus verehrst und damit in die Gemeinschaft mit ihm kommst oder im Gebet zu ihm kommst, nimm dir diese Zeit und komm zu Jesus. Lass dich von nichts ablenken, sondern komm zu Jesus. Ich will zum Abschluss noch beten für uns. Herr Jesus, danke, dass du der Herr bist. Danke, dass du auf der Erde warst und dass du damals schon so viele Wunder getan hast und danke, dass du auch heute noch Wunder tust. Danke, dass du der Herr bist und danke, dass du ein perfektes Leben gelebt hast. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist und dass du vom Tod auferstanden bist. Du hast den Tod besiegt und du kannst uns ewiges Leben schenken. Jesus, hilf uns, dass wir einen Wunsch danach haben, diese Gemeinschaft mit dir zu leben, diese ewige Gemeinschaft. Hilf uns, dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen werden und dass wir diesen Wunsch danach haben. Zieh uns zu dir, Jesus und zeig uns auch die Wunder, die wir sehen wollen, aber hilf uns, dass wir in erster Linie den Blick auf dich haben, weil es um dich geht und nicht um die Wunder, die wir sehen oder erleben. Hilf, dass du heute jeden Einzelnen hier berührst und dass jeder Einzelne weiß, dass er von dir gesehen ist. Ganz egal, ob er schon Wunder erlebt hat oder nicht. Hilf, dass wir so einen Wunsch danach haben, so einen Drang danach, die Gemeinschaft mit dir zu haben, zu leben und nie wieder loslassen zu wollen. Jesus, du sollst im Mittelpunkt von unserem Leben stehen. Jesus, du bist der Herr in aller Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.